Musik Ich eier mit meinem Mann dahinter, ja Ja, welche Dich flischen die? Hm, ich schwör zu sagen gerade Boah, Alter, ich brech mich Ich färze mich schon gleich gegen den Baum Fangen wir die Hauptstraße stunden entgegen, nach so viel Alter, wie schnell ist denn das Teil? Ja, wenns Offroad geht, ist das Ding richtig schnell Was ist denn für ein Auto? Fährt grad erst weiter Ich fahr mal auf die Parallelstraße irgendwann Bleib dort meine Einstellung Wow, shit, Alter, shit Ja, da vorne kommt der nicht durch, pass auf, da vorne wirds ganz schön eng Ja Wo fahrt der denn her? Der fährt weiter Richtung Nordwest Okay Okay Bist du querfeldein oder auf Straße? Ja, du hast nen Berg hoch Fährt grad nen Berg hoch Na, da komm ich schlecht hin Bist du den Berg wieder runter? Ja, genau die Richtung die du fährst Bist du weiter rechts? Oh Gott Ah, ich seh den da vorne Boah, die bisschen kleinen Platten hier rein, ey Kommen die auf mich zu, oder entfernen die sich? Scheiße, ich bin gefangen in Bäumen Jetzt soll halb links halten Dann bist du draußen Achtung, Mauer Ja, ich seh's Bleib stehen, ihr Schweine! Sind geradeaus, ja Oh, die preschen weg eben Fahren die Richtung Heroinverarbeitung, oder? Ja, ja, hier in der Nähe sind wir, ja Nordost jetzt Richtung Bin jetzt kurz vor der Heroinverarbeitung Komm, querfeldein Richtung Nordost, scheiße Ja, der Heli ist dran Ja, der Heli ist dran Glauben, lass den sich jetzt festfahren, das gibt's doch nicht Das Gute ist mit dem Hunter, damit kannst du sogar Bäume umreisen Das Gute ist mit dem Hunter, damit kannst du sogar Bäume umreisen Die Kilozäune Ja Okay, biegt wieder rechts ins Gelände ab Boah, fast ein Zauber mitgenommen, ne? Ich guck mal, dass die Raum... Wenn ich mal da hinkomme Ja, der steht jetzt zwischen den Bäumen Achtung, der steht da Ja, Beschussball Ja, ich bin tot Ja, Moment, ich hab die riesigen Fahrzeug schon kommen Jawohl, aber die Kipps sind weggegangen von dir Yes Oh, ich hab's gehört Tja, war wohl nix mehr Ja, weitere Kräfte scheinen doch Überlebende zu geben Verstärkung Ja, Oskar Mike Wenigstens hab ich nur ein paar mitgegeben Ja, obwohl scheinen wirklich alle tot zu sein Ich geh mal weiter runter